Hallo meine Freunde, Zahok wieder hier und ich muss mal meinen Sound ein bisschen leiser stellen. Ich bin jetzt schon, überhaupt das Spiel gerade schon etwas länger laufen, deswegen sehen wir beide etwas anderen Titelschirmen und andere Musik im Hintergrundtudeln. Das ist halt, wenn man länger Zeit es laufen lässt. Also die Musik ist echt geil. Ah, schön. Naja, wir wollen loslegen mit Xenoblade Chronicles. Ja. Nein, in der letzten Aufnahme gab es ja im letzten Part zwei Szenen, wo ich mal gesagt habe, dass die gelegt haben. Die haben bei euch jetzt nicht gelegt, weil ich die ganze Sache nochmal aufgenommen habe, daher ist dieser Speicherstand hier. Aber wir wollen jetzt anfangen mit der Story nach der Gefängnisinsel. Mal sehen, wie es weitergeht. Und ein Ladebildschirm und danach eine Cutscene, garantiert. Doom die Doom. Na komm. Komm schon. Uudi duudi. Die Ladezeiten am Anfang sind immer etwas zu lang. Und letztlich. Die Krätein der Krätein der Krätein melia wird ein Jahr von heute. Bis zum nächsten Mal, wie die Krätein der Krätein der Krätein der Krätein, ich werde um die Imperierlichen Beziehungen als Regent. Wenn jemand jemanden der Frage stellt, schüttet ihr jetzt. Die Ministerien sind unabhängig. Wir haben keine Angelegenheit zu der Verteidigung. Für alle und alle von Ihnen. Wir bedanken uns. Wenn ich bitte, Vr. Herr, möchte ich eine Rundtabelle diskutieren über die Strategie über die Mekong. Ah, was zu tun mit dem Mekong? Unsere Gefahren müssen sofort werden. Nicht nur unsere Gefahren, Vr. Sie wünschen Sie eine offensivante Angelegenheit, während die Kapitel immer die Wälder? Die Ministerien der Forschung hat die idealen Lösung. Die Freunde sind verrückt. Ein Freund ist schrecklich. Ein Freund ist schrecklich? Oh, Ricky ist schrecklich, auch wegen der Böden. Ricky, wir haben bereits gegessen. Uns Homs nicht schrecklich, nur weil wir hübsch sind. Das ist schrecklich? Oh, Hum-Hum muss haben kleine Böden. Oh, Ricky ist schrecklich! Wir müssen uns diese Gedanken entfernen. Dumban hat sich weggebracht, seitdem wir zurückkommen sind. Das ist schrecklich. Ist es wegen der Frau, die die Mekong hat? Melia? Wie bist du? Was bedeutet das? Wenn du über Vater sprachst, bin ich gut. Nein, ich habe keine Wahl, aber nach der Zukunft. Du bist stärker als ich, Melia. Mach mich nicht schrecklich. Es ist Zeit, dass du mir erzählst, wer sie ist. Wir haben sie alle Leben kennenzulernen. Wir denken, dass sie in Kolonien 9 wurde. Sie nicht uns in der Welt ankommen. Sie ist nicht die Fiora, die ich von dir gar nicht erwarten고. Sie sahenlich wie Fiora, aber wenn sie sie war... Ich kann nicht wie sie aussehen, wie sie dumm Banschen ver��. Was bedeutet er? Fiora ist Dumban's sister. Ich wusste nicht. Ist diese Fiora wichtig für Schulk? Important? Sie ist mehr als wichtig. Sie ist der Grund, dass wir hier sind. Wenn das wirklich Fiora war, warum sie mir nicht? Fiora... Ich hätte lieber mit Dumban gesprochen. Er weiß etwas. Okay. Wir sind nun schon unterwegs mit dem neuen Menalu, was ein bisschen gewachsen ist hier am letzten Mal. Okay, wir müssen zu Dumban. Gucken, wo der steckt. Ach, wir sind scheinbar auf der richtigen Ebene. Sehr schön. So. Dumbdi Dumb. Aber das ist wirklich alles im Moment sehr interessant, sag ich mal von der Story her. Ja, das entwickelt sich alles so, wie man es eigentlich nicht erwarten würde, würde ich mal sagen. Weil ich hätte am Anfang nicht damit gerechnet für Fiora noch mal wieder zu sehen. Aber wir werden sehen, was noch so passieren wird. Ich bin gespannt. Da ist er ja. 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 Aber da sind wir. Schürg! Das Entschuldigung. Hat jeder Angst? Natürlich. Ich besonders. Aber ich... Es ist nur... Ich habe mich Gedanken um Fiora. Und ich kann nicht helfen, diese Glocke. Glocke, was? Du gesehen hast, wie die Glocke ersterte. Es war so, dass sie uns nicht wahrgenommen hat. Ja. Es ist nicht so... Aber Schürg. Don't get me wrong, I'm not sad. Even if she doesn't recognize me, I'm glad to know she's alive. Dunban! You see, Fiora was born many years after me. And not long afterwards, we lost our father to a Mekon. It was left to me to protect and raise her, almost like a father. I was always jealous that she had you as her brother. Ah, yes. You and Fiora used to be inseparable. Yeah. I need to tell you something. I always thought, if Fiora were to be with anyone, it should be you. What? But Rine hangs out with her just as much as me. Yeah, he does. But Fiora doesn't like him in that way. Oh. I see. He's a nice guy. Reminds me of myself when I was his age. All reckless and hot-headed. Probably why he's not right for her. Listen, Shulk. Yes? A lost life can never be returned. But she's alive. It doesn't matter that she's lost her memory. Yeah. I guess you're right. Fiora and I have spent our entire lives together. The memory of that can't have disappeared completely. It's up to us. We have to help her remember. Help me, Shulk. Help me get her back. You know I will. Okay. Let's go tell the others. Hey there, back. Have you gathered your thoughts? Yes. Sorry to be a nuisance. Shulk? You too? Yep. All thanks to Dunban. I'm glad. Forgive me. His highness Kalian summons you. You think something's happened? We won't know until we get there. Okay, wir sind unterwegs. Allerdings, ähm. Auch wenn du gut bist, ich möchte aktuell lieber wieder mit meiner, mit meinem Team hier unterwegs sein. Du, du, du. Komm, teleport. So, dann muss ich wahrscheinlich den hier vorne benutzen. Den Teleporter. Du, 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 du. Oh, du, du, du. Boah. Gibt gerade nicht wirklich viel zu sagen, ne? Die Story dümpelt gerade so ein bisschen. Was heißt dümpelt? Sie geht eigentlich ziemlich gut voran. Schon in den ersten paar Minuten. Was ich schön finde, ist, dass ich wieder die Schnauze halten, weil die nächste Cutscene anfängt. Oder? Hier irgendwo. Hier bei der Treppe. Jawohl. Hier bei der Treppe. Ich versuche, dass Sie als Ambassadoren für die Assemblage dieser Macht. Ich sage mir Ihre Gedanken, Schulk. Ich brauche Zeit, bevor ich eine Entscheidung mache. Schulk nicht wünscht, dass wir uns in unsere Missionen helfen? Ich glaube, das ist wahr. Dann warum? Schulk hat andere Menschen zu considerieren. Das war nicht so, Schulk. Ich bin sorry. Du weißt, dass du mit mir sprachst. Es ist Fiora. Das ist warum du wunderschst. Ja. Ich wusste es. Du wirst nicht mehr so denken. Ich... Ich weiß einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Binde sie, Schulk. Melia. Ich... Ich glaube, mein Vater nicht lief mich. Bis zum Tag er stirbt. Ich weiß nicht, wenn Sie nicht die wichtigsten Wunschungen sind, bis sie nachdem, sie sind weg. Das ist einfach zu lange. Du bist richtig, Melia. Ich habe meine Gedanken gemacht. Ich werde für Ihre zurückkommen. Du musst das nicht tun. Ich werde sie selbst suchen. Die Bedürfung sollte mir sein. Nein, ich will sie zurück, wie du. Schau dir das Ambassador zu mir, Schaup. Ich werde wahrscheinlich ein Bisschen davon machen. Aber wir sind ein Team. Du kannst mich beteiligen. Ich bin Angst, dass das meine Schuld, Rhein. Ich bin von Entia und Homs Blut. Ich bin die Prinzessin der Krone, und von Mixed Herzen. Thus, ich bin der Bedeutung für diese Aufgabe. Das bedeutet, dass wir nicht... Ja, ich werde hier bleiben. Wir bleiben hier. Wir müssen nachdenken. Ist das wirklich was du wirklich willst? Ja. Aber ich sage mir, wenn du sie findest, wirst du zurückkommen. Ich werde hier warten für dich. Ich weiß nicht was zu sagen. Danke. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, wenn ich mich selbst erzähle, zu erzählen. Ich bin sicher, dass er bereits versteht. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die Ministerin ihn verhörtert. Wir sollten ihm eine weitere Angelegenheit geben. Dann... ... das ist gut. Ja. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja. Das ist eine riesige Strategie, zu lassen Schulk gehen, und nur aufzuhören, dass er zurückkommen wird. Schulk und ich sind nur... Ja, ja. Aber erinnern Sie, je länger erhebte, je mehr die Chance, seine Gefühle für dich werden. Aber... ... als wir diese Fiora finden, ich will persönlich ihn zurück hier in ein Herzbeizung. Keine Ahnung. Ich... ... erhebte es. Great. Keine Ahnung, Melia. Ich bin auf deinem Seite. Bruder? Ich bin nur auf dem Weg raus, ich sehe. Ich sehe. Es ist nicht was... Ich bin entschuldigt, Herr Hainess. Um Ihre Aufmerksamkeit. Wir müssen... ...humbly verlassen. Ich sehe. Sehr gut. Ich hoffe, meine Frau nicht zu viel Schmerzen. Ich werde, weil ich muss, Bruder. Es gibt zwei Melias. Das ist falsch. Diese Melias riecht anders. Ja. Wir brauchen Melia mehr von den Landen von Bionis. Aber sie ist immer bereit, um die öffentliche Dinge zu tun. Deshalb... ... eine andere Melia. Kallion. Herr Hainess. Krone Prinzessin. Als Ihr Humble subject, ich formuliert das folgende. Speak. Ich versuche, dass Sie mit Schülk in seiner Reise zu finden, den Mechon, der hat Alchemoth. Sie sicher? Schülk, ich bin sicherer von allem. Gehe nach und folgern. Ihr Herz. Es wird ein Tag, wenn wir Sie brauchen. Aber es ist nicht heute. Herr Hainess. Das bedeutet viel zu mir. Das ist ein cooles Prinzessin. Wenn nur jemand hatte seine Sensitivität. Sensitivität? Ich bin sensitiv. Hm. Die Karte ist auf das. Das ist ein Relief. Ich bin sicherer. Wir haben vorhin bekommen, dass die Mechon die Mechon überlebt zum Galahad Fortress. Das Mechon in der Sword Valley. Es wird ein schreckliches Weg. Meine Frau ist in Ihre Hand. Danke, Kallion. Ich werde sie sicherer. Ich bin 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 sicherer.